Das sind wir zurück bei Ron mit zwei, die sich richtig ins Rampenlicht geturnt haben. Silja Stöhr aus Heddesheim und Januar Müller aus Hasloch. Die hatten am Wochenende ihre EM-Premiere und sind mit einem verletzungsbedingt und auch absagenbedingt ziemlich rund erneuerten deutschen Team auf dem beachtlichen sechsten Platz gelandet. Jetzt sind sie zurück und gestern war dann auch der Empfang am Bundesstützpunkt des Deutschen Turnerbundes in Mannheim. Die 15 Jahre alte Stören, die 16-jährige Müller sowie die Trainerin Alina Kormann. An der Fassade des Stützpunktes ist ja nun auch das Bild der EM-Starter und es gab dann auch noch Kuchen, sicherlich ein bisschen was Süßes, darf dann auch nicht fehlen. Also hier sehen wir nochmal das Bild von den beiden und hier der Kuchen hat sicherlich geschmeckt. Max Fischer hat mit beiden gesprochen. Die sind ja auch für Mannheim in der Bundesliga aktiv. Silja Januar, herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen EM-Premiere. Was war das jetzt gerade eben für ein besonderer Empfang hier am Bundesstützpunkt in Mannheim? Ja, also es kam auf jeden Fall sehr unerwartet. Wir wussten davon nichts. Es war auf jeden Fall eine Überraschung und die Überraschung ist auch gelungen. Und ja, es war schön auch mal wieder zu sehen, wie viele Leute hinter einem stehen. Und ja, es war sehr schön. Die Unterstützung habt ihr bestimmt auch in Rimini gespürt, Januar. Sechster Platz. Wie besonders war dieses Erlebnis, Europameisterschaft erstmals da mit dabei zu sein bei der Touren-Elite? Also es war natürlich eine mega Erfahrung, zur ersten Europameisterschaft zu gehen. Und dann hatten wir es schon als Ziel gehabt, ins Teamfinale zu kommen. Aber haben gesagt, wir versuchen einen guten Wettkampf zu machen und gucken, wie es läuft. Und das war dann natürlich auch mega cool, dass wir es geschafft haben, ins Teamfinale zu kommen und dann im Teamfinale uns sogar noch einen Platz zu verbessern. Und jetzt sechs, bestes Team aus Europa, ist natürlich ein mega Erfolg. Also ihr seid wunschlos glücklich mit der Platzierung und wie sehr zufrieden seid ihr auch mit eurer eigenen Leistung? Also wir sind sehr zufrieden, weil wir auch noch ein sehr junges Team sind. Und wir wussten ja von Anfang an, dass wir jetzt nicht zu den Top 3 gehören oder so. Also es war schon gut. Wir haben alle unser Programm sehr gut durchgezogen und können da auch alle mit zufrieden sein. Jetzt habt ihr ja mit gegen die besten Turnerinnen Europas euch duelliert. Gibt es da auch Punkte, wo ihr sagt, okay, da könnte ich mich noch verbessern, da sind die uns schon ein paar Schritte voraus? Natürlich, wenn man die Italiener anguckt oder die Franzosen, haben die nochmal deutlich schwierigere Übungen als wir und touren die aber trotzdem sehr sauber. Aber vor allem in der Schwierigkeit sind uns da die anderen oder die besten vier Länder überlegen gewesen. Und da gucken wir halt jetzt, dass wir aufstocken, dass wir dann auch irgendwann da mittouren können. Ihr seid ja auch erst 15 beziehungsweise 16 Jahre da, also da ist ja noch entsprechend Zeit. Silja, jetzt stimmt natürlich auch die Anspannung erstmal ab nach diesen Tagen in Rimini. Wie geht es jetzt für euch weiter? Also wir trainieren jetzt erstmal morgen und übermorgen noch weiter, also Dienstag und Mittwoch. Und dann haben wir aber über das verlängerte Wochenende frei und da haben wir dann auch ein bisschen Erholungszeit, dass wir dann die nächste Woche wieder voll topfit starten können. Und dann steht ja in diesem Jahr noch die Deutsche Meisterschaft im Juni in Frankfurt an. Generell mit welchen Zielen besteht ihr jetzt in dem restlichen Verlauf des Jahres? Also der Fokus dieses Jahr lag auf jeden Fall auf der EM und das ist jetzt, die ist ja jetzt erstmal abgehakt. Deswegen gucken wir, ob wir jetzt vielleicht noch das ein oder andere neue Element bis zur Deutschen reintun. Und ich denke, dann ist von uns beiden einfach das Ziel, bei den Deutschen nochmal einen guten Wettkampf zu machen, zu zeigen, was wir können und zu gucken, dass wir noch ein paar neue Schwierigkeiten dieses Jahr reinkriegen. Dann wünschen wir dafür alles Gute und sagen vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020